Was denn, Siki? Lass uns beginnen. Lass uns beginnen. Wir haben keinen Teig mehr. Mach mehr. Ein neuer Kunde. Achte darauf, nicht zu schütten. Wähle eine Soße. Gib etwas Soße hinzu. Belag hinzufügen. Der Kunde will zahlen. Der Kunde möchte mit Karte bezahlen. Unsere Kunden sind glücklich. Bewege die Tasse. Achte darauf, nicht zu schütten. Wähle Eis. Wähle eine Soße. Belag hinzufügen. Dekoration hinzufügen. Von wem ist die Bestellung? Achte darauf, nicht zu schütten. Der Kunde will zahlen. Der Kunde möchte mit Karte bezahlen. Unsere Kunden sind glücklich. Wähle eine Soße. Gib etwas Soße hinzu. Belag hinzufügen. Wir haben eine neue Bestellung. Bewege die Tasse. Achte darauf, nicht zu schütten. Wähle eine Soße. Gib etwas Soße hinzu. Belag hinzufügen. Unsere Kunden sind glücklich. Unsere Kunden sind glücklich. Wir haben keinen Teig mehr. Mach mehr. Wähle eine Soße. Gib etwas Soße hinzu. Belag hinzufügen. Sammle den ganzen Müll vom Tisch. Sprühe etwas Reiniger auf. Du musst den Tisch abwischen. Ein weiterer ertragreicher Tag. Wenn du länger, was ist zu schütten. Beビd register.